So, hier. Okay. Wuh! Oh-oh. Wup-bup-bup. Immer diese Skill-Geräusche. Ja, dat muss! Watt muss, dat muss! Oh, zu schnell gewesen. Aber du bist ne Hayopi, ey! Och, jetzt mach! Ja, jetzt macht er hier. Die ganze Zeit verreckst er am Anfang. Und jetzt hier ich, ne? Mhm. Warum ist denn die auch so aufs Spiel, ey? Boah, von oben gekonnt. Jetzt bin ich gespannt hier. Ohne Schwengeln. Ohne Schwengeln. Boah! Ich bin beeindruckt. Zu langsam. Lass los. Nach unten. Ja, genau. So, ich bin gespannt. Schaff das bitte. Ach die Idioten hier. Ja, da kommt der nächste wieder von hinten. Und jetzt bist du... Ja, war's denn hier von beiden Seiten zugeschwengelt, ey. Kann man denen auf den Kopf springen? Nein. Nein. Das hat in dieser Situation grad kein Singen für mich gemacht. Uah! Ich probier's mal. Ja, siehste. Mr. Reppelt. Was ist der doof? Ja, was ist los? Ja, jetzt hat er einmal Glück hier wieder. Glick! Das war's. Das war Zufall vom Spiel. Oh, ich hab sogar zwei getroffen, ey. Mega! Ha! Das hab ich grad auch schon geschafft. Das stimmt doch gar nicht. Sicher! Echt? Sicher! Also siehste, hat keiner gemerkt. Keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich war immer alles vor hier. Keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Irgendein unscheinbar, ein unbedeutender Niemand. Mach jetzt da. Ach! Damn! Ey, du bist ne Stulle, ey. Ja, sind wir hier schon mal im Team hingekommen? Nein. Was willst du jetzt sagen? Bei was hingekommen? Hier sind wir noch nicht mal im Team hingekommen. Also, ne. Mhm. Irgendjemand hat hier immer Scheiße gebaut. Das mit dem... Aua! Nach rechts, nach rechts, nach rechts! Hahaha! Lacker! Laufschlampe! Ja! Nein! Nein! Ich hab nebem geholt! Hahaha! Und eins verloren, also null! Ja. Egal! Oh, ein Geier! Ahh! Nein! Hhhhh! Die machen mich immer fertig! Shit! Ahh! Ah, du Huuuuffürste! Du Hunde! So. Jetzt hat's geklappt. Mja, mja, mja! Klappe! Und... Nein! Und? Wo ist der da lang gesegelt? Ja, der ist ins Nirvana disappear- Ja, der scheiß Bumper hat ihn da umgedreht, das wollte ich gar nicht. Er hat ja seinen Arsch durchs Gesicht gezogen, ey. Ich wusste nicht mehr darauf konzentrieren, mit dem Steuerkreuz zu spielen, da passiert das nicht. Ja. So, komm her, du blödes Mist. Gut, gut, gut. Hä? Ich hab ihn für immer getötet. Ja, Permadeath. Siehste, instant essay. Hammer. Ja. Gamebreaker wieder hier. Der hat Angst vor mir, das ist alles. Der hat gesagt, boah, der hat die, ey, weißt du. Der hat mich so fertig gemacht. Jetzt sieh zu hier. Ich versuch's, Baby. Komm. Augen, Augen. Ach, du machst mich echt fertig, weißt du das? Tja. Was tust du? Schön. Hm. DU EMHMM. Lalalalalalalalalalalala. Acht auf den Geier. Da 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 da. Da 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 da, da 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 da, so. Zu einem Trapp. Oh 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 oh. Ha? Dann würde ich nicht hin? Okay, okay, da rechts oben ist auch keine Ruhle Kugel, die kriegst duräglich. Ja, du bist ja wieder nicht da. Die kriegst du sowieso nicht. Warum halt ich eigentlich meinen Sprintknopf gedrückt? Das muss ich hier machen. Links ist die mittlere Banane. Die mittlere Halt, halt! Jaaa! Wow, du hast es nicht verfehlt, ich bin stolz. Wer hat es wieder gemacht hier? Ich habe es möglich gemacht. Ich will gucken. Dann guck. Ja, guck mal hier. Du hättest auch erstmal das Fass sammeln können. Nicht, dass du stirbst und so. Was heißt... Was ist das denn? Oh nein! Das ist nicht mehr ernst. Hütte es. Hi Speedmail. Was ist da los? Hier ist Lalo Man. Da war eine Abkürzung, glaube ich. Du bist ein dummes Mistfieser. Schneller! Du bist recht gut unterwegs. Nein, ankonsten! Wegmachen! Nein, nicht reinfliegen! Der hat mich getroffen! Ja, und der darf da durchfliegen. Ist okay, der kann in drei Dimensionen sich bewegen. Flieg gleich mal nach unten liegen. Nein, ja? Wo? Gleich. Ja, muss man ja sagen, wo. Irgendwo links unten in der Ecke. Ah. Direkt hier? Nein. Hier? Nein. Och, eh. Ich glaube, wenn es hoch geht... Links... Nee. Oder guck einfach mal nach! Ja, ja, ja. Ich habe geguckt. Wow. Ich bin so gut. Wo geht es lang? Weiter hoch. Nicht so weit hoch! Schieß, schieß, schieß! Ja, 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 ja. Eieieie! Oh, Mann, ey, wenn... Oh, oh! Rappet! Ich nicht schwer! Konzentri dich doch mal! Da war bestimmt wieder eine Ab... Oh, da war da eine Dekarmenze! Huh! Ah! Ah! Toll! Ey! Ah! Nimm! Ah! 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 Was geht? Ich wurde nicht getroffen! Wollt ihr mich verarschen? Wart's ab! Du bist doch noch nicht fertig! Ja! Ja, weiß das! Ich glaube auch nicht, dass ihr das nicht mehr... What the hell? Ist hier ein Gravitationstunnel oder so ein Scheiß? Das sind keine Halle, ey! Aber ich habe die Donkey Kong-Münze! Ich bin sehr stolz! Ohne, dass ich getroffen wurde, bin ich da rein! Du hast schon gedacht hier... Ohne, nimmst du nicht das Donkey Kong! Was? Ja, ich habe nicht mehr gedacht, dass du noch beide... Total schockiert, dass du... Das hat einfach gar keinen Sinn gemacht bei dir, aber... Ich habe auch nicht geglaubt, dass ich zu der Donkey Kong-Münze komme, ohne getroffen zu werden! Bist du... So! Und jetzt nichts lenken! Du bist kein Schwengler, ey, du kleiner Flatterer! Ey, das Vieh ist voll fett! Na gut, so viele Kekse, ne? Ja... Ja... So viele Kekse im Maul, ey... Im Magen! So, jetzt runter... Lülülülülülülülülülülü... Boah, da könnte man voll Hardcore abkürzen, wenn man da so durchpasst... Aber da sind wir zu viel für... Aha, ich passe hier nicht durch... Au! Nachmacher! Nein! Was? Ah! Nein! Nein! Du dummes Mistvieh! Ist richtig schnell, ne? Also vom Reagieren her. Los, flieg! Spatz du! Nein! Nein! Doch! Nein! Nein! Runter! Hoch! Runter! Nein, ich schau da! Sein Tramp! Ach, die wussten, die kennen meine Schwäche. Ah, jetzt hab ich den Hals von den ganzen Skill-Geräuschen. Mistiger Drecksvogel! Das ist der bestimmt von King K. Ruhl! Ah, wie kam das nochmal? What the? Unten! Ups! Du bist doch ein Napfkuchengesicht, ey! Du bist ein Napfkuchengesicht! Du bist ein Napfkuchengesicht! Meine Mutti ist ein Napfkuchengesicht, alter! Sie tu es! Der VollassiTV! Ah ja! Muss Papa das jetzt wieder machen hier? Oder was? Alter, dran sei du! Der alte Sack hier wieder. Der Papa mit langen, gelben Haaren. Ach Mist, jetzt ist er Papagei. Mit rosa Top- und Kniestrümpfen hier. Ich bin ein Paradiesvogel! Wah! Ein Vogel, ja. So, rechts rein da, also. Oh, 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 oh! Ja, kurz, sieh weg hier. Cookie, Cookie, Cookie! Ahh! Das war halt ein Scheißdinger, also! Wo, wo! Highspeed. So. Hoch! Ne, aber manövriert hier besser, oder meine ich das nur? Ahh! Ahh! Ja! Warte, warte! Rechts! Runde! Nein, tut die da! Das ist dir letztes Mal auch passiert, so dumm. Ja, ja, weiter! Ja! Lass den das! Ah, die war grad nicht da! Man! Miau! Und du warst so gut in der Zeit. Ja. Aber naja. Ein bisschen Skill muss er halt auch auspacken. So wie ich mit der DK-Münze. Schau mal was aus hier. Ich hab die DK-Münze eingepackt, was zählt. Das zählt für die nächsten 10 Monate. Mhm. Schon für Donkey Kong 3. Ja, klar. Klar zählt das für Donkey Kong 3, also bitte. Donkey Kong, ach so, ja. Das waren ja diese Gegner, die man da immer kaputt machen musste. Hier sogar ein Triple-Kill, guck dir das mal an. Ja! Jetzt mach du hier keinen Double-Kill, weißt du? Ach ja, stimmt. Hier kann ich ja unbesorgt bis hier runter. Genau. Huh! Ja, da musst du komisch fliegen. Ja genau, komisch. Oh shit! Stop it! Halt's Maul! Mach jetzt! Huh! Unten! Oh, unten. Ja. Jetzt kommt der Kreis. Da komm ich durch! Jetzt kommt ne enge Passage. Fall nicht auf die Treppe rein! Oh mein Gott! Oh! Scheiße, ist der so schnell runtergezogen. Ja, was meinst du, wie ich mich hier durchwurschtel, ey? Lackmäßig, wie ich zur Donkey Kong am Hinzu gekommen bin, wahrscheinlich. Ja, aber das hat ein bisschen länger angehalten. Das mag sein. Ob wir auf uns denn leben? Wo sind die denn schon wieder alle hin? Ach, ihr habt der Reppel in den Giftkreu. Ey, Bub, das ist kein Contest, ne? Was? Das ist kein Contest. Doch. Pfff. Nur so als, ähm, Hinweis, ne? Boah! Egal wie früh ich in so nem Tierlevel sterbe, wir sterben immer gleich viel. Nein, nein. Na doch, doch. Nein. Upsa. Der letzte Scouter ist gefaked. Ach, ne. Juni gibt sich da so viel Mühe mit, ne? Ja, das macht doch gut. Äh, ja. Der Bub. Ah, 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 ah. Man hat sich immer eine Notiz, wenn einer stirbt. Das ist sau aufwendig. Entschuldigung. Besonders so viel. Ja, das stimmt. Und dann noch zuordnen. Vor allem in solchen Leveln, ne. Ich bin ja voll grad episch am fliegen und so. Ha, ha, ha. Unten. Boah, ey. Ah, da, O. Warum, ne? Oh, nein. Da war ne Dorne hinter de Blätter, die hab ich nicht gesehen. Warum wolltest du hinter de Blätter? Musste mal kacken. Ja. Mhm. Ich brauch' was nicht. Kannst ruhig von Zuschauern machen, die wollen das sehen. Die wollen dich in deiner ganzen, mhm, Pracht so. Nein. Erleben. Sieh zu jetzt hier. Mr. Labarababa hier. Ja, irgendjemand muss hier ja kommunizieren mit irgendwem. Ja, kommunizier mal mit deinem Vogel da, damit er das schafft. Kommunizier mal mit den Zuschauern in der Zeit. Und hier sehen wir einen Rapid Immerse Gaming, wie er jetzt qualvoll versucht, seine Ehre wieder herzustellen. Was machst du denn da? Ich hab dir zu viel zugehört. Ich wollt mal gucken, was passiert, wenn ich gegen die Wand fliege. Also gegen die Dorne. Das tut bestimmt gut. Rapid. Was denn? Strenge mich an! Haldigosch. Wuhu! Genau wo ich... Nicht genau. 10 Meter weiter. Da war doch ein Geheimgang, oder? Ach, den hab ich nur nicht gefunden. Mist. Ja. Oh mein Gott. Wir sind schon ziemliche Experten, glaub ich. Äh... Jaja! So, kann ich dem nicht so ne Nuss vorm Kopf hauen hier? Nein. Leider nicht. Weiß ihm den Kopf ab. Ah! Wow! So hoch, hoch, hoch! Dann grillen wir ihn und dann... Flieg und Sieg hier! Moin Stein! Was? Der scheiß Wampa, Alter! Never change a warning system! Äh, äh! Ja, jetzt fangen wir an drei zu töten. Nachher töten wir alle vier, weil wir dann auf ein Doppel... Also auf... Boos, Gold oder sowas hoffen. Müssen denn den Weg für unseren Gegner... Nicht auf die Dornen. Liehst du weiter links? Ja, Mann. Und diesmal nicht irgendwo dran fliegen, hier. Halt die Klappe! Schaffste! Weiter links! Donuuuup! Nicht hoch! Soll ich noch was Böses sagen? Oh ja, mach mal! Skill! Oh, oh! Komm jetzt! Oh, oh, oh! Oh ja, Baby! Zieh den Arsch ein! Hoch, runter! Hoch, hoch, hoch! Nicht runter! Nein, nein! Nein! Wahrscheinlich ist da direkt schon das Ziel, weißt du? Wahrscheinlich nicht. Doch! Ich kenn nicht, ich geh mal vorm Ziel kaputt, ey. Mhm. Und ich muss es dann machen. Sieh zu jetzt hier! Oh, ja! Er geht kaputt! Äh, sieh zu! Ey, mach das, ey! Pack! Woll noch mal was von dir sehen! Schaufel meine Scheiße weg, Alter! Mach jetzt hier! Ja, komm jetzt! Ich komm fast genauso weit die ganze Zeit, also heul nicht rum! Du bist genauso weit wie ich, was? Oh, oh! Jetzt kotzt das Vieh an! Ja? Huh! Hm! Sollst das Ding nicht knutsch, ey? Aber ich, ich suche körperliche Nähe! Nein! Aber nicht mit Butzbees! Aber die sind so schön gelb! Die haben aber Stachel, das ist nicht gut! Ach, Stachelicht gehört dazu! Rap it! Frauen sind einmal im Monat, äh... Was?! Ich hab nix angefangen zu sagen! Doch, das wollen wir jetzt alle wissen! Das hast du nur... Ach komm, das weißt du sowieso! Nein, nein! Fuck! Äh, ich erinnere an das erste Level, wo wir die Robben aktivieren mussten, um das Wasser zu entröten! Da hab ich sowas gesagt! Entröten?! Ich glaub, ich hab den Part sogar Perioden mehr genannt, oder? Nein, hab ich nicht! Nein, nein! Daran kann ich mich nicht erinnern! Nein, 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 nein! So was würde ich nie... Billigen hier! Hahaha! Du hast mich dazu angestiftet! Nein! Doch, 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 doch! Ich hab gesagt, nein, Rap it, tu's nicht! Ja, das hast du gesagt, aber du hast was anderes damit gemeint! Der Monenstein sollte auch siegen, wenn er fliegt, aber tut auch nicht! Jaja, uuuh! Mach hier! Nicht so viel an Sailor Moon nachdenken! Ich hab überhaupt nichts! Die ist in Wirklichkeit auch ein bisschen minderjährig, mein Guter! Ja, was willst du denn jetzt? Ja, die ist in Wirklichkeit gar nicht so alt wie sie aussieht, die ist glaub ich nur 12 oder so! Ja, was weiß ich denn? Aber die Japsen haben die ein bisschen älter gemacht und so! In Amerika wurde das grad zensiert, ja! Ah, der Heddy, der kann gut fliegen, wenn er an... Junge, junge Damen denkt, in knappen Sailor-Uniforms hier, die ihren Schmuck durch die Gegend werfen, um das Böse zu vernichten! Ist er mit seinem Zippel da drangekommen, oder was? Welcher, welche war deine favorisierte Sailor-Sailor? Was ist denn eine Sailor-Sailor? Nicht Sailor Moon, sondern die anderen Sailor-Kriegerinnen! Ist doch nicht mehr, wer da... Ups! Sag mal, willst du mich... Laber nicht so viel, ey! Flawless! So... Junge... Warum hast du nisch gelernt? Junge! Wie du wieder aussiehst, ey! Löcher im Schnabel! Immer dieser Lärm! Also deine Stimme, das will doch keiner hören! Oh, oh! Jetzt sieh zu hier! Halt! Mund, oder ich fliege in den nächsten Stachel rein! Oh, oh, oh! Das war nicht so gemeint! Kacke! Immer diese traurige Musik, dann so... Oh, du Loser! Du hast verloren! Alter! You suck! Denk mal, wir verrecken hier Fifty-Fifty, ne? Na... Nein, nein! Doch, doch! Wer hat angefangen? Du oder ich? Ist mir scheißegal! Wir sind schlecht! Und müssen das jetzt endlich schaffen! Wir cheaten ja schon am Anfang! Und mit dem Fass hier... Wir, wir cheaten! Das ist... Das ist nicht gecheatet! Echt mal! Sieh zu, Skwaweske! Läuft das bis hier halt! Skwawks! 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 Kuck die Pillspan! Der hört sich so an, wie er... Ah! Was tust du? Skwawks! Schenken wir noch einen ein! Der hab ich schon lebe geholt! Ey, das hier alkoholisiert das für immer was! Nicht zu früh! Ey, dann würde ich hier mit Augen zu durchpesen, weißt du? Wahrscheinlich! Ja, manchmal hat man das ja so... Bei Alkohol hat man dann die Reaktion eines... Was hat gute Reaktion? Eines Headys, ja! Oh Gott! Weißt du, ich sterb ja aber nicht so dumm! Nein! Okay! Jetzt verobachten wir den Lauf eines Rapids ganz genau! Aber ich bin doch erst 16! Was er sagt und was er tut... Ich bin zwar nur eben am Anfang direkt gegen Dorn geflogen, aber das vergessen wir jetzt grad wieder! Das analysieren wir jetzt ganz genau! Oh, 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 oh! Das war schon mal ganz okay! Dafür hab ich auch das Car bekommen! Ich glaube ich kriege in jedem dritten Lauf wenigstens ein Leben wieder, ey! Mehr zum zählen! Ja! Stirb du Vieh! Nicht gut! Nicht gut! Das ist voll der Heady-Style grad! Ich hatte keinen Kommentar! Der Carbo-Style ist das! Rapper! Äh! Was denn? Ist da noch nix passiert! Sieh zu! Muss erst was passieren! Äh! Äh! Denk dran! Der Kreis kommt mal! Der Kreis, der kann mich am Boppest knutschen! Und jetzt der lange ganz... Halt! Einfach den Mund und lass mich die Scheiße hier durchziehen! Geh mir nicht mit deinen Schreiereien auf den Senkel! Hallo! Links! Eine nachtigallartige Stimme und lass die Ruhe! Wohin? Wohin? Ja, Slalom! Wohin? Ah, hoch! Rapper! Was? Das ist ein Fass? Nicht cool! Rapper! Yay! Rapper hat's geschafft! Wir hätten nur ans Ende kommen müssen! Klar! Ja, aber warum ist dann überhaupt zweiter Platz? Warum soll das schlimm sein? Weil man es dann nicht geschafft hat! Bist du sicher? Ja! Ah, ich bin gut! Du bist richtig gut, mein Freund! Ja, Mann! Ja, Mann, ey! Das Resch, ey! Ich bin Rapper, ey! Oh, spitze! Wir haben noch nicht mal ein... Gerade mal ein paar 60%?! Kacke! Ja, wir müssen noch die ganzen Dinger sammeln! Ach, nein! In nem Best-of für euch natürlich! Hoch jetzt! Das heißt, im Best-of, wir werden wahrscheinlich... Wenn wir jetzt fertig werden, sag ich mal... Wenn wir fertig werden jetzt... Ja, das ist reguläres Spiel! Ja, stopp! Dann machen wir ein Best-of... Dann lass mich doch mal fertig reden! Okay, dann rede du hier, alte Quasseltanz! Ich geh schon mal rein! Sau cool! Und Texte lest du jetzt auch vor da? Ah, gibt keinen Text in dem Spiel! Nein! Geht halt darum, dass wir jetzt dann die Bonus-Level machen, aber dann halt eben Parts... LOL! Parts fehlen und wir dann halt mit Best-ofs der Bonus-Level, was Hedys Idee war, zu früh... Äh, dann halt eben damit umgehen werden und halt diverse kleinere Parts wahrscheinlich bringen, wo wir dann diese Bonus-Level-Macherei bringen! Ja, das war's! Boah, hast du dich jetzt umständlich ausgedrückt, ey! Ja, du machst ja schon einen Boss, du Hirn, du! Sag doch einfach, wir machen ein paar Sachen, wo wir die Sachen sammeln... Ja, anstatt mal zu warten und mich hier erklären zu lassen, bevor du hier den Boss anfängst, du... ...hörst! Achso! Was macht er jetzt? Achso! Nix! Er macht nichts Neues! Oh Gott! Warum? Die war magnetisch! Er ist doch schon der epische Rumschwängler und verkackt trotzdem! Gott, ne Metallplatte im Arsch! Ja, leck mich doch! Sag mal, bist du doof? Fick dich! Fick dich! Fick dich, ey! Voll der Beschiss! Nja, ja! Ja, ja! Springen! Ach! Ah! Ich sag's noch! Okay, 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 okay! Hör mal, bist du doof! Bist du doof, ey! Aber was war das? Ähm, nicht weit genug springen! Da war wieder der Knopf schuld! Das war auch nicht gerade sehr, sehr schmarrt, ey! Ich hab aber wenigstens nicht gesagt, dass du, dass ich nicht, ne, ja... Hallo, wir haben 15 Leben! Guck mal! Äh! Das schaffen wir! Easy going! Ja, Sisha! Oh! Was? Was hat er mich jetzt weggehauen, oder was? Oh mein Gott! Juhu! Juhu! Aber in der verlorenen Welt, da kommt ja auch nochmal ein Kampf oder so, oder? Ich weiß das nicht! Ich kenn mich gar nicht aus! Mit der verlorenen Welt! Also da wird es auf jeden Fall nochmal richtig schwer für uns! Da wird unser Skill so richtig gefordert! Oh, oh! Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, hier! Zwei Skillgranaten gehen wieder hoch! Ja, haha! Mein Name ist Hase! Mhm! Es kommen zwei von den Mega-Bubbles da, ne? Ja, ich glaub, der fährt aber jetzt dreimal hier rum! Oh! Zu früh! Rapid! So weit warst du noch nicht! Doch! Ja, genau so weit warst du, ich weiß! Aber nur einmal weiter! Nein! Doch, einmal ist das weit weggefahren! Nein! Doch! Ja, dann hast du aber voll verkackt! Ja, und? Aber ein bisschen weiter als du! Von der Kontest hier! Oh, guck mal auf den Himmel! Das Ding ist anscheinend am Fliegen! So, jetzt aber... Ah! Also das ist gar nicht... Siehst du? Da rechts der... Horizont! Ah! Da kommt ja nochmal Sache! Der... Der Horizont! Du machst ja eh das Gegenteil! Wenn ich sag spring, dann... Dann bleibst du stehen! So, jetzt kommen zwei Kugeln und dreimal fahren, wo? Genau! Das ist ja Kacke! Schwengel-Liese hat da eh den großen Vorteil! Huuuuh! Achtung! Er kommt noch einmal... Hrl-l-l-l-l-l! Die hintere! Die Sau! Reiner! Ja Mann! Puh... So er kaputt! Nein! Oh doch! Donkey Kong! Ahh! Oh, der rappet fast. Nicht, nicht. Was macht er denn jetzt hier? Kannst du dich auch ducken? Ja, was ist das? Ducken und ducken. Hallo. Los, renner. Ja, Mann. Das geht kaputt, beschiss. Ja, voll doof. Okay, voll der Dampfer hier. Wird jetzt mein Skill gefordert? Wirst du den nicht mal im Bild behalten? Was zur Hölle? Ho, 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 ho. Au, au, au. Alter, sanierenden Dinger hier. Das ist echt uncool. Das hat mich hier... Was? Ach, komm, ich hab das Ding geworfen. Aus dem Weg, du kleine Affe. Mann. Äpfels, macht dir da nichts draus? Doch. Ich mach das jetzt hier, pass auf. Ja, 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 ja. Ich darf ja nicht. Wie hat er gar keinen Checkpoint gesetzt hier? Komm, mach jetzt hier, stell dich nicht an. Der hat sogar drei Phasen, wenn ich's richtig im Kopf hab. Wenn ich's nicht im Kopf hab. Wenn ich's richtig im Kopf hab. Achso. Nicht auf der Kugel. Nee. Okay. Kommt ja nochmal hier. Oh, die Eleganz hier. Rein da, so. So, jetzt schießt er. Zwei Stück, ja. So, na. Mach ich so. Hot knapp, ey, hot knapp. Und so. Hauptsache mal, die, die in die Kugel reinschieben. Da kann ich die nicht reinschmeißen, ey. Warum eigentlich nicht, ne? Ja. Da bist du wenigstens, was du brauchst. Boah. Du Schwein. Was war denn das jetzt für ein Anfall? Weiß ich nicht. Ach, jetzt muss ich hier wieder. Ach, meine Synapse, ey. Wenigstens muss ich das nicht machen, ey. Das freut mich brutal. Ich käme da gar nicht mit klar. Ja, danke. Ah, raus. Was? Hol mich wieder, hol mich wieder schnell. Ich versuch's. Warte, du Loob. Ey, das ist so ein Judas-Spiel, ey. So viel zum Thema. Gar nicht klar, komm. Jetzt muss ich versuchen. Oh, 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 oh. Oh, Mann. Ja, immer aus dem Nichts heraus. Das ist voll scheiße. Aus dem Nichts heraus. Ja, du hast hier die Aufwärmphasen dabei. Und ich muss hier das Giller-Part machen. Weißt du, Freundchen? Hier. Ja, danke. Da hast du deine Aufwärmphasen. Danke. Ich hab's überstanden. Warum schmeißt der die nicht? Warum schmeißt der die denn nicht? Warum rennt der auf den zu? Ich drück Schmeißen. Verdammte Scheiße. Der will so einen Napskuchen. Das ist nicht schwer. Ich hol dich vielleicht wieder. Wenn ich's schaffe. Ich geh mal prüßen. Ohne Träffelt hab ich gar keinen Halt. Kommt das nochmal? Ja. Das ist voll uncool, ey. Warum schmeißt der das Ding nicht? Ja, du sollst nicht mit der Kugel da rein. Das ist, glaube ich, nicht so richtig. Das soll aber einen doppelten Schaden verursachen. Hab ich gehört. Naja. Das hast du mir erzählt. Doppelten Dachschaden. Höh. Höh. Das war gar nicht knapp, aber höh. Nein. Du blöde Nuss. Nö. Warum sprengt die denn? Ah, keine Ahnung. Sieh zu. Ich versuch's. Warum kann ich dem das Fass nicht an den Kopf werfen? Jetzt mach ihn. Ja, komm, du Sau. Der Rapid über die zweite Phase rauskriegt. So, kriegst du denn diesmal hin? Arsch. 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 Das klappt richtig gut. Ich bin weitergekommen als letztes. Ja, ich bin schon gespannt, was jetzt kommt. Oh, Mann, ey. Oh, ey. Ey, kreckiger Bildschirm. Rapid. Oh, hat sie gewirft. Er ist voll stylisch, ey, Alter. Jetzt pass auf. Nein. Ich will nicht aufpassen. Mach das so, wie ich gerade. Ja, oder so. Oh, zu früh. Oh, zu früh. Keine Sorge, Baby. Ich schulde dich wieder. Bäh, bäh. Bäh, bäh. Little Britain? Das geht's aber. Riech, nein. Little Britain? Oh, bäh, warte. Hast du das von Little Britain? Bäh, bäh. Ob du das von Little Britain hast? Weiß ich nicht. Bäh, bäh. Mit der dicken schwarzen. Bäh, bäh. Ne, hast du nicht, okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hallo, Fass. Das ist sich bei dir wie eine Mischung aus Affe und Kuh an. Ich? So, jetzt kommt wieder das, was meine Synapsen übersteigt dir. Ja, das ich nicht machen will, Mann. Ach, der kommt, du. Ah, sag doch was, ey. Alles cool, Mann. Ja, ja. Das ist so knapp, oh. Ja. Ne, komm. Spring, komm. Jetzt muss der Rappet das letzte machen. Wieso? Wieso wirft er das nicht? Was ist denn hier los? Ist mein Knopf etwa kaputt, oder was? Das ist meine Ausrede. Nein, ich verstehe es nicht. Ich drücke diesen verfickten Wurfknopf. Sieh zu. Aber er tut es nicht.